Shibhuasana, auch genannt Shibhavasana, ist eine andere Bezeichnung für den Handstand. Gib die Hände auf den Boden, hebe ein Bein nach dem anderen nach oben und halte dann die Beine oben. Bei Shibhuasana ist noch charakteristisch, dass die Beine gestreckt sind und die Füße senkrecht zum Himmel zeigen. Das ist Shibhuasana, auch genannt Muktahastavrikshasana oder auch Vajrolimudra I.